Sie, wissen Sie, was für mich das Allernervigste ist, wenn ich mal so eine richtig schöne Shoppingtour machen will? Nein, nicht die müde Füße vom Laufen, sondern der wehleidige Mann an meiner Seite. Sie, mein Mann ist immer alles viel zu anstrengend. Müssen wir jetzt in den Lader noch rein, weißt du genau, da krieg ich dann wieder keinen Parkplatz. Es hast vielleicht schon drei Paar Schuhe gekauft. Nein, das mach ich nicht mehr mit meinem Mann. Ich brauch doch keinen Demi rumkutschiert. Ich mach das jetzt allein mit dem AVV. Und zwar mit dem Tagesticket. Da kann ich im gesamten Tarifgebiet mit nur einem Ticket so oft hin und her fahren, wie ich will. Von Donauwirt bis Mammendorf. Es kann ja mal sein, dass man sich immer Lader was zurücklegen lässt. Da muss man halt später nochmal hinfahren und das abholen. Das wäre mein Mann schon wieder viel zu anstrengend. Darum hab ich den Kleid ein halben Glas. Ich hab gesagt, nein, die brauch ich nicht. Dann nehm ich leichter vier Kinder zum Einkaufen mit als wie die. Sag ich, wie, vier Kinder? Sag ich, ja, du mit dem Tagesticket vom AVV, da kannst du bis zu vier Kinder kostenlos mitnehmen. Ich sag, wir haben keine vier Kinder. Sag ich, ja, da hätt ich dich auch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Einfach alles über den AVV erfahren Sie persönlich oder telefonisch im AVV-Kundencenter, auf der AVV-Homepage und in unserer App AVV-Mobil. AVV, unser Ticket verbindet.